Diese offene Ordnerbox zeigt einmal den Rundumdruck in Perfektion und zwar an diesen horizontalen und vertikalen Linien. Die Herausforderung hierbei ist nämlich nicht nur, dass die Linien hier außen übereinander passen, sondern dass sie auch innen über den Innenspiegel, über die Kartontasche bis hin zum eingeschobenen Inhalt eine perfekte Passgenauigkeit aufweisen.